Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead, The New Frontier. Das letzte Mal haben ein paar, naja sagen wir mal, nicht so hättere Gesellen da unten vor den Toren sich versammelt. Sie haben von dem Typen da rechts die Frau, Freundin, keine Ahnung auf jeden Fall, oder Schwester, ich hab keine Ahnung, aber auf jeden Fall irgendwer, die ihm wichtig ist. Und ja, kommen wir jetzt runter, oder öffnen wir das Feuer, oder keine Ahnung, was finden wir eine Lösung heißt. Kleiner Tipp, wenn ich unten bin, öffnet nicht das Tor für mich, wenn ich draußen bin. Das würde ich jetzt auf jeden Fall denen sagen, aber wahrscheinlich geht wieder alles in den Arsch. Gut, man. Let's lock him in the truck and get the hell out of here. I don't want to wait that long. Jesus Christ. Come on, I want to see him pay for what he did. We got what we came for, Badger. We had a deal. You asked for me to come down, and I did. Yeah? Well, fuck the deal. Fuck! Shit! Francine, run! Francine! Oh, what the fuck! We don't have the go-ahead! No, fuck you! Fuck the go-ahead! Ram the fucking gate! Jesus Christ. Das sind fünf Walker, mit denen werdet ihr doch fertig. Okay, verkauf Granate dazu, ist es nicht so angenehm. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, Tränengas ist doch ein bisschen beschissener als ein normaler Nebel. Okay, erstmal ihr helfen da. Go, go, vorwärts. Oh, nein. Auslau-Marsch. Stirb. Oh, mach das Tränengas mit einem. Okay, Kate, Gabe. Genau, stirb. Let's just use this. There's enough room for her. Hobby! Danke. Head east. We'll catch up. Clamp wird nicht sterben, oder? Haha. Oder? Ja, Walking Dead in New Frontier. Nice. Ich hab mal wieder erst in der zweiten Episode hier den Peagle Scream. Macht nichts. Da ist Clementine. Genau. Das ist aber nicht alles meine Schuld. Das können sie mir jetzt nicht erzählen, dass das, weil ich da runtergegangen bin und nicht geschossen hab. Ja, Episode 2, Teil 2, oder wie heißt es auf Deutsch nochmal? Verpflichtende Bande, Teil 2, genau. Ja, fein vor den Toren. Die jetzt nicht mehr uns gehören, die Tore. Ja, egal. Die wichtigsten sind draußen. Fuck den Rest. Eigentlich nicht, aber was soll man tun? Are they following us? Not just the other car. Looks like we're okay. Elinor. Danke, Gott. Ich kann's nicht glauben. All of our friends, all those people. Oh, Conrad. Sie verdienen besser. 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 Was die helles du in die Welt? Sie verdienen besser. Sie kamen zu Prescott in der ersten Mal. Sie verdienen besser. Sie verdienen besser. Conrad. Easy, buddy. Das war nicht ihr fault. Bullshit. Francine. Prescott. All weil diese washed-up Cheat. Geht durch unsere Geht. Ich sollte wissen, dass die Zeit nachdem ich zu schauen. Du nicht seinst für niemanden, sondern dein eigen. Wir... Wir haben einfach jemanden verloren. So, sag was du sagen. Was? Das sollte mich besser machen? Calm down Conrad, bitte. All I know is, if it wasn't for him... Back the fuck off, now! Just back away! Take it easy, son. Gabe, no! This isn't necessary! What are you talking about? Y-yes, it is! I told you! I get that you're trying to help, but this isn't how you do it. Just do it already. I don't even care anymore. Just put it down, Gabe. Come on, kid. You kill an unarmed man, you'll regret it for the rest of your life. You hear me? Don't touch my uncle again. Oh, Gott sei Dank. Fuck me. Gabe! Let him go. He just needs to cool off. Ich hoffe, er stirbt derweil nicht. We have to go back. We have to bury her. I wish we could, but Prescott's overrun. We can't go back. Well, we're not safe here either. What about Richmond? I've heard there's a community there. If it's true, they'll have food, walls, and maybe even a hospital. All I want is to find the motherfuckers who did this. They took my home. They took my... Goddammit! The one thing we all need is a place to call home. Maybe Richmond can be that place. Richmond? Huh. It's something at least. Yeah. Fuck it. Let's go. That's a spirit man. Hey, Gabe. Hey, are you okay? Huh. Maybe they'll hit it off. Hmm. Who sees that then? I don't know if it's healthy for Gabe. I remember being that age. You need someone else to talk to that understands what you're going through. Come on, guys. We got a long drive ahead of us. What can I do for you here? I just... I feel like I'm burning. And I'm dying. And I'm dying of thirst. Oh. 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 Oh, we got a lot of pain. Oh. Genommen. Nicht gestohlen. Nicht gestohlen, ganz wichtig. Hier geht's. Umschauen ist key. Thirsty isn't good. How's her forehead feel? Hot. Hot. Fuck. It's probably sepsis. Sooner we get to Richmond, the better. Oh, goddammit. Well, it really hurts. I can't lose you. Not now. And I don't want to leave you, but... Javi, we both know what's coming. Kate. We do. And this is gonna sound fucked up, but... Maybe this is my chance for... Christ. I don't know. A graceful exit. Not many people get those. I'd be one of the lucky ones. You don't get to just bow out. Just think about all that's happened. Mariana died. I couldn't stop it. And Gabe. I heard what happened when we stopped. Isn't it obvious? Look, he might be turning into David. He might be turning into you. He's not that sweet little boy I first met. But maybe this is better. He just needs guidance. And a lot of it. I hope so. All I care about is him becoming who he needs to be. And it's gonna be on you to make sure that happens. No, ma'am. I'm not buying this I'm dying shit. It's on both of us. You're buying it whether you want to or not. Hey! Careful! Sorry. You should get some rest, Kate. We all should. Really. With pleasure. Nur kurz. Sie wird doch nicht sterben. Ich meine, warum würde es sonst stehen, Kate wird sich das merken. Also, what the fuck, wenn sie in der nächsten Szene tot ist. Was hat das denn für einen Sinn? Also, ich hoffe mal, dass sie nicht verweckt. Ugh. Perrin's just love pretending the rest of us can't hear. I wouldn't know. Schon sehr heftig, was gerade passiert. Ich hoffe, sie stirbt jetzt nicht. Wobei, ich hab irgendwie das Gefühl, dass sie diese Episode wahrscheinlich nicht überleben wird. Das ist nur ein Gefühl, aber es ist da. So, und das ist jetzt Richmond, oder was? Oh, das ist die Stadt aus den Trailern, oder? Oh. Great. What now? Ich habe ein paar Schmerzen. So, was ist passiert? Well, wir haben ein paar Autos cloggen die Unterpass. Too viele zu fahren durch. Wir müssen sie ein paar aus dem Weg bringen. Hey, ich komme, auch. Ich werde mit Kate und behalten. Ich habe ein paar Autos. Gehe an uns, wenn was etwas passiert. Es ist sehr lecker, wenn die Pass ist verblüht. Nicht lecker, wenn du mir mitf cechen bist. Ich gehe hier auf. Wir müssen wir da, da. Komm, wir gehen nach Arbeit und weg. Entfernen wir es aus. Stimmt. Starthilfe Kabel, okay. Wieder unterwegs, Errungenschaft. Okay. Gut, dann Gabe. Beste Antwort ever. Gut, solange er, wie gesagt, jemanden hat, mit dem er reden kann, ich wirklich komme über deine Scheißpalette nicht drüber. Nice. Gut, ich glaube, Conrad geht es aber nicht so geil wie Gabe. Du bist gut? Nein, Mann. Ich bin nicht gut. Ich weiß. Lass uns das Scheiß mit übernehmen und nach Richmond. Damit das Escape gut geht, meine ich übrigens, dass es ihm halt nicht vollkommen beschissen geht, wie Conrad. Okay. Können wir hier noch mit... Ah, wir können noch mit Eleanor reden. Und was wetten wir, sobald wir das hier machen? Irgendwas Abgefucktes passiert. Okay, Trip. Wie geht's? Wie geht's? Vielleicht. Nee, wir kommen hier gar nicht hinter. Okay. Und wir können hier auch nicht. Doch, gut. Dann Autowrack erstmal anschauen. Vielleicht können wir hier die Starthilfe Kabel verwenden. Wobei, nee, ich meine, das Auto kann ja nicht mehr fahren, oder? Ich meine, das hat ja nicht einmal mehr Räder. Nope. Boah. Super. Ähm. Und jetzt? Jetzt sind wir ein bisschen im Arsch, oder was? Mhm, 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 mhm. Was steht, was steht denn hier? Rectorn, B-C-A-C. Okay, nein, ich dachte, da steht vielleicht irgendwas, was ein Hinweis ist, oder so. Oh, Clementine. Wo warst du denn gerade? Ich hab doch gerade hierher geschaut. Keine Ahnung. Oh, hier ist eine Leiter aufs Dach. Da müssen wir wahrscheinlich hin, oder? Was ist denn? Es ist kompliziert. Ich hatte einen Freund. Er hatte eine Frau, eine Sonne. Er war wirklich Protektiv. Und nach dem, da waren andere. Die Sache mit Leuten ist, dass sie immer verändern. Die meisten Leute nur interessieren über sich selbst. Never denken anders. Sie sind weiss. Ja, okay, nach dem Satz habe ich irgendwie eine Vermutung, wo diese ganze Season jetzt hingeht. Wahrscheinlich, um Clementine genau das auszutreiben an Gedanken, wird sich Harvey vielleicht opfern. Also nicht, um ihr das halt vor allen Dingen deswegen auszutreiben, aber halt aus anderen Gründen. So, jetzt ist halt die Frage, gibt's irgendwo noch ein Auto mit... Wobei, hier... Ne. Hä? Hä? Ich bin grad verwirrt. Oh! Hineinsehen. Okay. Ich hab null Plan gerade, was wir tun können. Und mit null Plan meine ich, ich werde hier nen Cut machen, weil das passt eh grad ganz gut. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich schaue... Oh, oh, hier ist eine Garage. Okay, alles klar. Warum habe ich das vorher nicht... Ach so, okay. Ich musste wirklich relativ nah ran. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, hier in die Garage, schauen wir beim nächsten Mal bei Let's Play The Walking Dead and New Frontier. Ja, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Dann habe ich zumindest noch ein bisschen Hintergrundmusik für die Abmoderation. Und bis zum nächsten Mal. Sage ich dann... Tschüss Leute!